Fünf Minzen für den Kleinen. Kleiner Diss. Pass auf. Warte. Meine Frau im Bett, sieh, wäre das schön, wenn du jetzt geil wärst. Er, wäre das geil, wenn du jetzt schön wärst. Und was ist da drin? Münzen. Viele. No! Und das ohne Lakitu. Das ohne Lakitu. Hä, ist diese eine Münzkist jetzt weniger wert wieder? Ich habe keine Ahnung. Das wäre dann richtig komisch. Okay. Ah, so. Kriegst du aber nicht. Nee. Oh, nee, was hat der? Oh, danke Gott. Boah, begabt, Alter. Boah, jetzt ist es spannend, ey. Jetzt wird es spannend, Kollege. Ah, ich werde aber die Dicks nehmen. Hm? Ich werde den Lakitu nehmen. Ja, nimm den doch. Ja, nimm den doch. Juckt mich doch nicht. Ich bin so weit weg von einem. Okay, er nimmt die, die ich jetzt genommen hätte. Schade. Sehr gut. Aber ich weiß leider nicht, was da drin ist. Werden wir jetzt sehen. Und jetzt werde ich mir Lakitu benutzen. Fuck. Aber egal, ich gehe da lang. Du, ey. Ja, das ist, hä, nein. Oh, ich denke, das ist so geil. Ja, deswegen sage ich, ja, ich werde da trotzdem lang gehen, auch wenn es kein Duell ist. Oh, shit. Mhm. Da oben würde ich jetzt nicht mehr lang gehen. Äh, nee. Der ist so gefährlich, was Fallen angeht. Ja. Aber ein Lachen, was Duell angeht. Ja. Für einen harten Computer. Ey, wenn er selbst gegen Luigi verliert, man. Tracking. Alter, ehrlich. Es sind drei Fragezeichen für die Spiele, weißt du? Ja. Und dann sowas. Nervig. Und ich schaue, schaue, schaue. Schaue, schaue. Fokus, 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 fokus. Fokus. Ja, da hat er nicht gehabt. Oh, das war ich, Alter. Die letzten zwei Sekunden sind echt am härtesten. Ja, die härtesten zwei Sekunden meines Lebens, ey. Ich hatte keinen Platz mehr, leider, da hinten. Aber ich habe auch schon gezeigt gehabt, dass ich das nicht mehr schaffe. Wer ist letztendlich, Luigi? Nee. Nee, Poku, glaube ich. Oha. Nee, doch Luigi. Aber knapp. Ja. Mal gucken, was er macht. Weißt du, man könnte alles in Gleichstand haben, ne? Und man wäre trotzdem für Bowser zu langweilig. Ja. Oh, immer dasselbe. Vor allem, das bringt Luigi doch gar nichts. Eben. Sehr gut. So, dann gönn dir mal, ne? Ja, Stern oder Münzen kriege ich jetzt. Ja. Und das nicht wenige Münzen. Nein. Bin gespannt. Abgezogen. Danke, Lakitu. Okay. Geld. Oh, no. Dann, Platztausch, komm. Wo ist denn der letzte? Oh, no. Der letzte ist ganz rechts. Okay. Ja, komm, Alter. Ein bisschen was auf die... Hä? Pfeift dir ein paar Pilze rein. Ja. Ein bisschen was für einen Wanderstern tun. Okay. Er geht auf seine eigene Falle. Oh, was passiert jetzt? Okay. Four Player. Bubble Brawl. Hockey-Pomber. Oh, no. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Tim. Mit dem Trigger-Finger. Mega. Wenn ich eins ins Lebenslauf klatschen würde, dann das. Was können sie gut? Ich kann schnell tippen. Ich bin eine Maschine. Ich bin Terminator. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Da ist die letzte. Oh. Luigi kriegt einen Stern. Sternchen, Sternchen. Hm. Boah, das können... Aber ist gut, dass du keinen Stern bekommen hast. Leider. Sehr gut. Das war das Ganze doch interessant. Ja, jetzt kommt es wieder nur auf die Position an. Jetzt ist einer ganz rechts. Ja. Einer ganz oben. Oh ja. Der ist meiner. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin cursed. Ja. Das ist mies. Ich hoffe, ich komme auf Donkey Kong. Der ist sowieso broken. Digga, warum sagt man da eigentlich nein? Das sind Mützenfreie Haus, Digga. Ist so. Ich kann nichts machen. Außer diesen Typ hier werfen. So, ich brauche eine 5, glaube ich. Oder eine 4. Hier. War ja klar. Das war super. Stark. Well played. Na. Mal gucken, was das für eine Tor ist. Ja, es spielt keine Rolle. Ich habe kein Item mehr. Es wird schwierig für mich, irgendwo hochzukommen. Ja. Alter, hast du gut gewürfelt. Zuerst mal noch ein paar Münzen gönnen. Auf Ehre. Auf Ehrenbruder-Basis. Nein. Wieder nicht alle. So, was gönne ich mir denn noch? Ach komm, ich gönne mir den. Ist mir lieber. Hast du geholt? Er ist aber Pilz. Ah, okay. Oh, noch mehr Geld? Hm. Und der andere war ganz oben? Ja. Und den holst du dir jetzt? Mal schauen, ne? Obwohl, kriegt ein Stern von mir. Ja. Oh, sei. Nein! Also, ich hoffe tatsächlich jetzt, dass ich die Bombe kriege. Ja! Ja! Nächster Buchu, nächster! Alter, die Bombe hat dir den Arsch gerettet. Ja, Mann. So, und jetzt eine Plätze tausche und ich bin wieder oben. Nein, ich will oben sein. Oh, no. Nein! Das ist sehr gut. Nein! Sehr gut. Mein Geld! Gut, dass du teilst. Das ist echt nett von dir. Junge. Oh, er hat Probleme. Er kann sich den Stern holen. Ja. Und das wird er jetzt auch tun. Ja. Ich hab schon immer gewusst, dass Buhu gefährlich wird. Sag nein. Dann jetzt bitte zu mir in die Truhe. Auf Ehre. Ich hätte da eh lang gewusst, um die eigene Truhe zu kriegen. Von daher. Bitte eine zu mir. Also, eine ist ganz unten. Ja, ja, ja. Du bist doch vorbei. Nein, scheißen, stimmt. Ja. Ich bin so dumm. Oh, ich bin wieder am besten positioniert, ey. Nee, bin ich nicht. Doch. Echt? Alter? Nein, bin ich nicht. Ich bin aufs Mikro gekommen. Stimmt. Ja. Hängt mir auf den Tag an mir, Junge. Ja, Mann. Schäger mich doch nicht. So, diesmal funktioniert mein Controller. Oder auch nicht. Er läuft von alleine nach rechts. Läuft. Ja, wortwörtlich. Halt mal ein bisschen Corona-Abstand hier. Hau du doch ab. Nee. Okay. Easy. Perfekt. Die Pilz-Brothers. Ja, Mann. Nee, wir machen einfach auf einem Niveau, ey. So, mal gucken, was Luigi jetzt sich gönnt. Bitte keinen Stern. Ich brauche nur noch eine Chance, einen Stern zu kriegen. Das wäre nett. Komm schon, Luigi. Ja, komm schon. Hol den Stern, du bist... Bitte. Nein, Luigi, bitte. Mach Ehre. Kuss auf die Pilz. Nein. Ja. Hä, das ist doch behindert geregelt. Der kann Luigi gewinnt das Ding noch. Ja, ohne Scheiß jetzt. Okay, da. Toll, ich krieg safe keine Kiste bei mir hin. Ja, klar. Mann, ich hasse dieses Spiel. Ich habe noch zwei Pilze auf der Tasche, ey. Ja, schön. Was ist das? Das ist deins. Magikuppa. Egal, danke. Egal, danke. Den kann ich jetzt gebrauchen. Thanks, Luigi. Hä? Nee. Donkey Kong. Bitte Stern. Einzelspieler diesmal. Einzel. Mehr, 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 mehr. Warum streng deinen Kopf an, Donkey Kong? Du weißt, was ich brauche. Ja! Du bist so ein behinderter Affe. Ja, ha, ha. So, komm. Ja, ist klar. Oh, der kippt nochmal Reni Münchner da. Ananas faster. Was war das? Das. Das, oh. Was mehr mit Glück zu tun hat. Ja. Jawoll. Nein! Nein, Boku, du Arschloch. Nein! Nein. Oh, Goddammit. Nein! Oh, Digger. Oh, Goddammit. Du hast einen Fünferstaude weggenommen. Ja, ich habe zwei gekriegt, sonst bin ich mal vorher reingesprungen. Oh, damit liegst du jetzt in Führung. War nur leicht. Ich habe leider keine Chance mehr, an einem Stern zu kommen. Oban. Stimmt. Komm, jetzt aber, komm. Verdammt! Alter, voll gegen seinen Kopf. Ja. Weißt du was? Fehlen Rabattstern. Okay. Ja, noch eine Waffe in der Hinterhand zu haben, ist doch ganz gut. Oh, yeah. Komm, alle. Ne, du. Nur du alleine. Alle. Du musst jetzt mal leiden. Du hast es verdient. Ja! Komm, drei Sterne oder so weg. Ja, genau. Oder eins, mir egal. Ja. Oh, Junge! Jetzt bitte nicht mehr dieses einfache Spiel, was er kann. Tunnel of Lava. Okay, Trash of Stoom. Ah, das ist am beschissensten, ey. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Alter, wegen Bowser verliere ich das Ganze noch, Alter, hundertprozentig. Vielleicht. Falsch. Richtig. Oh, shit. Oh, shit. Oh, hast du Glück jetzt? Ja, komm. Alter. Mhm. Ist klar. Ist klar. Komm, Alter. Du kommst zweimal auf Bowser und gewinnst das jetzt. Ich wär's klar. Du, wie geil ist das denn, Mann? Kann Bowser dir nicht trotzdem einen Stern abnehmen? Einfach so. Nein. Doch. Nein. Das wäre doch fair. Nein. So, es gibt gleich nur noch eine Runde, ne? Echt? Ja. Das ist die vorletzte. Ich würde auch langsam schreiten, weil ich muss pinkeln. Okay. Donkey Kong. Es wird spannend. Mhm. Allein, du könntest jetzt pinkeln gehen. Ah, nee. Nee, kann ich nicht. Okay. Ein Stern jetzt, Alter. Ich lach. Alter. Das war gerade so lächerlich. Das hat genau da gestoppt. Ja, sehr gut. Aber Donkey Kong macht bei ihm das, was ich will. Das ist so unfair. Ja, Mann. Sehr gut. Oh, lol. Okay. Ich mach das. Ja, du hast den Dulli. Ja, natürlich hab ich den Dulli. Oh, Mann. Scheiße. Voll vertippt. Boah, wie langsam die das machen. Hä? Ach so. Mann, Luigi. Mach doch einmal was richtig in deinem Leben. Mann, der macht das mit Absicht falsch. Wow. Gangster, Alter. Drei mal, fünf mal falsch gemacht. Und Bube war voll langsam. Letzte Runde. Jetzt wird's spannend. Oh. Der könnte jetzt nochmal eine Kiste schnappen. Ja. Macht aber nicht. Nee. Er hätte schon ein bisschen mehr Skill haben müssen beim Würfeln. So. Ich kann ja auch nichts mehr machen. Außer einmal laufen und schießen. Ich kann's halt noch interessant machen. Ja. Will ich aber nicht. Und du bleibst bei deinem Stand des gemästen Zwölft. Yep. Egal. Egal. Platztausch? Das wär lustig. Nein! Ja! Nein! Ja! Perfekt. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Glückwunsch! Ich hab meinen Superpilz behalten, ey. Du Lacker. Alter! Alter! Alter, hast du gut gewürfelt. Wo waren die jetzt? Da einer, da einer. Alles klar. Okay, du kannst dir zwei holen. Wenn ich keine Bombe ziehe. Boah, wenn du jetzt die Bombe ziehst, hast du verkackt. Ja. Bitte verkackt. Mach's spannend, komm. Ja! Scheiße. So, ich würd mal sagen, das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Truhe sein, die geöffnet wird in diesem Game. Bitte Bombe. Bitte Bombe. Bombe, 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 Bombe. Ja! Lächerlich. Yes! Yes, Baby, Alter. Das ist lächerlich. Ja, ich kann mich noch reinholen. Ja, genau. Aber sowas von kann ich mir noch einholen. Ja, ist vorbei, hast gewonnen. Meinst du? Ja. Du hast ja keine Ahnung, was da drin ist. Ja, ist doch egal. Wenn da Münzen drin sind, hast du mehr Münzen als ich. Ja, ist auch egal, weil du hast mir schon... Ja, hab ich nicht. Hab ich nicht. Ja, okay. Es ist doch lächerlich. Geil, ey! Das ist so komisch. Jede Map, die du hast, hat dir heute sowas von den Arsch gerettet. Aber irgendwie schon, ne? Ja, ich hatte die Map und dann kriegt ihr alle im Saat. Ja, ich hasse sie auch, Mann. Das ist so, dass ich jetzt noch so krass ist, dass es so gut läuft. Ja, weil du ein Lacker bist. Ich merk das schon. Scheiße. Sag, wo soll ich drauf gelassen? Das ist mir doch egal. Okay. Es werden doch die Münzen gleich gemacht und alles zu tun. Ja, warte, das war so klar. Ja, komm, Alter, ich hab so Bock jetzt zu quitten. Das ist doch krass, Spiel 50 Münzen, Alter. Ja, Junge, ist doch scheißegal, das ist so einfach Betrug. Das ganze Spiel ist Betrug. Ist das herrlich, ey. Ne. Das ist lächerlich. Letztes Spiel, komm. Und wir beide nochmal zusammen. Ach, Schieber hätt's auch noch jetzt nicht kommen können, ey. Das Ding ist halt einfach, es wird, es, die Wahrscheinlichkeit, dass es so unentschieden kommt, ist jetzt einfach nochmal ganz, ganz stark hoch geworden. Entweder ich sieg oder unentschieden. Du hast gewonnen. Du hast safe gewonnen. Wenn du wirklich diesen scheiß Rabatt oder Wanderstern kriegst, dann ist es vorbei schon. Na, ein Bonus-Stern. Wie, ein Bonus-Stern? Ich darf, ein Bonus-Stern. Du musst alle die anderen Beinen kriegen. Ja, krieg ich ja nicht, das ist es ja. Digga, und das ohne Absprache. Ja, Mann. 24 Münzen nochmal. Oh Mann, ey, ich bin so toxic. Zum Glück war das die letzte Runde. Alter, weißt du, ich hab so Pech sonst immer auf diesem Scheißbrett, ne? Ja. Aber hinten nochmal zwei Sterne. Einfach so, ob es nix gäbe. Ja. So, jetzt kommt Kapsel, Ereignis, Wander. Kapsel und so, und Wander müsstest du kriegen. Ja. Ich hab ja echt gefühlt immer was gehabt. Ja. Ja, das war's. Damit hab ich gewonnen. Ja. Du hättest nicht mehr verlieren können. Ereignis wahrscheinlich auch. Zwei. Alter, ich krieg die alle. Ich krieg die alle. Ja. Du hast einfach komplett gewonnen. Mit oder ohne die Sterne am Ende. Ja. Egal. Heute war einfach dein Tag, was Glück anwählt. Ja, Mann. Toh, Rett, Mann! Und ich darf das so auf YouTube hochladen, da hab ich überhaupt keinen Bock. Ja, Mann. Ich hab ein A-Mini-Spiel dazu bekommen. Ja, wow, gab's nicht mal. Ne. Ja, Kapsel, Rabatz hätte ich bekommen. Wander. Den Pechstern hätt ich bekommen. Digga, ich hab einfach alle bekommen bis auf, äh, Minispiel. Oh, Mann. Guck mal am Ende die Linie. Das ist doch Betrug. Ja, guck dir. Bei dem MoCoin, Alter. Naja, was als. Ja. Ey, du kannst die Knochen trocken holen. Ja, glaub ich auch. Das machen wir noch. Aber ich, ich war schon mal Abmoderation. Ja. Hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben ja noch ein Brett offen. Das sollten wir dann auch mal ausnutzen. Und das letzte Brett, das werde ich definitiv mit dem Gürtenknochen spielen. Bei bester Mann und so. Und ich würde dann sagen, ich bedanke mich an die, die zugeschauten, haben, chatten wir heute relativ ruhig. Aber egal. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann. Und ciao. 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 Vielen Dank.